Hallo zusammen, mich hier ist für Deutschler und verschiedene für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute also ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es wieder um ein paar Säcke von den großen Jagden. Und zwar bin ich da ja immer noch an dem Pad dran. Mittlerweile habe ich jetzt hier mit einem Twink wieder drei Säcke. Und ja, ich würde sagen, wir machen wieder ein paar auf und ich hoffe, dass es diesmal drin ist. Erstes Säckchen und da haben wir schon mal nichts drin. Zweites Säckchen sieht auch schlecht aus. Säckchen Nummer drei. Ebenfalls nicht. Okay, gut, dann switchen wir jetzt mal rüber. Ich habe nämlich hier noch einen anderen Char. Ich mache das ja immer parallel mit zwei tatsächlich. Nummer vier. Nein, Nummer fünf. Auch nicht. Und hier habe ich all the things an. Da sehe ich da Onara-Begleiter. Schimpft sich das Pad, das da drin sein soll. Aber naja. Es hat eine schlechte Dropshows, sagen wir es mal so. Und wieder nichts. Okay, dann heißt es wohl auf den nächsten Twink locken und wieder ein paar Jagden durchballern. So, dolla. Sind wir auf dem nächsten Char. Und zwar haben wir wieder ein paar Kisten. Dann würde ich sagen, machen wir die einmal auf. Dann haben wir hier Kiste Nummer sieben müsste das sein. Nichts war's. Dann haben wir Kiste Nummer acht. Oh, ein Stoff-Item. Schauen wir mal, ob das besser ist als das, was ich an der Habe. Äh, nope. Und dann haben wir Kiste Nummer neun. Da ist noch ein Stoff-Item drin, aber das wird wahrscheinlich auch nicht besser sein. Ne, das sind die Sachen quasi, die ich noch aus Shadowlands habe, sind tatsächlich gleich gut. Gut, und dann haben wir hier noch einen anderen Char mit den letzten dreien. Fangen wir mal mit der grünen diesmal an. Oh, was haben wir denn da? Einen Stab. Das T-Mog kriege ich, aber ich kann jetzt nichts anlegen, was Stufe 70 ist. Also ich bin hier die ganze Zeit mit irgendwelchen Load-Chars. Ah, da, Stufe 60 ist der. Ja gut, aber T-Mog nehme ich natürlich gerne mit. Dann haben wir noch eine Kiste. Das muss Nummer elf sein. Wieder nichts drin. Und Nummer zwölf. Und da haben wir auch nichts drin. Ja gut, so langsam glaube ich, das Pet gibt's da gar nicht in den Kisten, ne. Aber all the things sagt das. Also werden wir weiter farmen. Und ja, ich verabschiede mich an der Stelle. Sobald ich dann wieder genug Kisten habe, melde ich mich wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Morgen. Tschau.